Ich bin stolz darauf, ein Teil der Vista zu sein dürfen, weil das, was ich hier vorgefunden habe, ist eine absolut wunderbare Firma. Ich bin ohne Vorurteile gekommen und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Man muss als Extern, wenn man in ein bestehendes Team kommt, zuerst zuhören können, man muss versuchen zu verstehen. Erstaunt hat mich, wie unglaublich schnell ich in der Vista durfte, wie unglaublich positiv, dass ich aufgenommen wurde. Wir sind eine Gruppe in der Vista, das ist ganz zentral und wir müssen schauen, dass wir die Diskussion oder den Diskurs unter den Regionen verstärken. Wir haben alles, was es braucht, um erfolgreich zu sein in der Zukunft. Ich glaube, wir haben die richtigen Leute, wir haben das Know-how, wir haben eine wunderbare Firmenkultur und wir agieren in einem Markt, der interessant ist. Es ist nicht so, dass es immer weniger zu tun wird in der Ophthalmologie. Ich bin ohne Vorurteile Untertitelung des ZDF, 2020